... beim vermittelmäßig reden. Nein, natürlich nicht. Aber jetzt in der Jahreszeit, ja, die Schwalben, die Gänse, die Kraniche ziehen alle langsam Richtung Süßen. Eher nicht, weil er ist einfach zu schwer. Hier ist Frank Rose und Rosin. Jetzt hat er schön eine Dreiviertelstunde in den Sessel gefurrt, jetzt bin ich da. Und jetzt geht's los. Ich hab auch richtig Kohle am Fach. Ach, du bist ja auch... Entschuldigung. Ja. Steffen. Frank. Na? Anstatt wo's sein? What's it going? Alles klar? What's it going? Alles locker. What's it going? What's that? Ja.